Da sind wir wieder bei Let's Play MW2 Online, ja Battlefield ist zurzeit pausiert, wir sind sowieso schon bei der 50. Folge angekommen und hier nehme ich mal, ähm, Tuber. Tuber? Weil ich mal Bock hab. Schade, dann mach mal einfach mal den hier. Ah, man kann ja mal den nicht treffen, ne? Einfach mal reintunen. Geh du erstmal noch ein Stück. Ich hab den Chip verschlüpft. Schmeckt nach oriental. Ah, schmeckt nach... Was lauert da einer? Was? Komm der einfach von hinten mit seinem Schalldämpfer. Nein, da war der Play! Flash for the win! Boah, der Snapper do! Snapper do! Huh! Wir haben die Führung verloren! Huiii! Boah, alter! Wie er wusste, dass ich komm! Nein! Da war noch einer in dem... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, warte! Ja, warte, 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 warte... Pfff! Aber Gott! All den Scheiß hol ich sie einfach insitzter. Leg der mich weg! ich hoffe ich jetzt gestorben bin ja du kennst doch einfach nur drauf da ist einer vor rechts ja ja hast du jetzt endlich mal ja boah das nachland oder ich mit der waffe ja macht keinen spaß in der ecke ich tipp dich raus so kleine wechsel ich ehrlich gesagt lieber erst mal weg rennen dann gehen wir auf eine ebenbürtige position und wenn er denkt er hätte uns am krawattel bekommt er den tube in die fresse und zwar genau hier jetzt springt er natürlich runter weil er denkt er könnte mich umgehen aber ich springe einfach mal ins genick den penne oh ja und er will natürlich ja der penne wieder in dem kaputt drin ja ist immer dasselbe immer dasselbe mit denen alter ich habe nicht getroffen sorry ich habe mir ausgepackt nein ich kann nicht messen der messer der daneben weiß deswegen nehme ich eine klasse mit schnell nach landen kann sowas nicht passieren aber sonst hat das papa schlumpf vorbeikommen hallo ja mal von hinten ja aber du hast es natürlich die doch mausen du stehst immer wieder und ich war zuerst hier junge doch kein erster ich mach dich kaputt von hinten schon wieder dieses hohen kind ist manchmal wie runner klasse wo kommen die denn her aus ihren mütterärschen keine ahnung nein ja bitte lass mich host werden ja vor mir steht einer ich habe hier 19 die hand und er ist ungefähr 20 meter von mir entfernt das heißt ich bin im nachteil jetzt sieht er mich wahrscheinlich hätte mich sowieso nicht gesehen doch hallo ich werde sterben ich werde sowas von sterben sterben er stirbt erst mal schöne predator an der ecke vorne links hauptstraße ich weiß nicht mal von wo der geschossen hat das kleine als die kind raus hier vorne ok kommt herr ja 5,6 ich geh jetzt mal mit digger 18 rum ja ich wollen nämlich schon ein bisschen kills machen geh doch drauf junge ah ah 12 bongo ha 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 maturium kill ha ha leggy 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 bin ich host ich weiß es nicht na du wichser die mit den schrotflinten wer von diesen wichsern ist denn bitte der host ich bin es garantiert nicht bei den gelegen irgendeiner aus sachsen wahrscheinlich so ich hab den holster worden alter hinter mir schon wieder der mit einer scheiße der hat mir schon der wichser was ich doch mal die 18 kills machen ja der pink vorteil der wichser der digital digital messe kühle obwohl es hat er voll falsch geschrieben ich würde gerne mal ein g18 kill machen aber nein alle werden sie für mir vor der nase weg hinten an einer tankstelle alter dieser typ ist eine art 12 der chelius hat doch kein skill der wichser er kämpft da wieder im haus neun ja da ist er ich geh doch mal aus dem weg meine scheiße team jetzt bekomme ich andauernd mit gesichert ja sicher nicht genug munition das sind aber schöne wassermelonen ich will jetzt hier einfach nur die 18 Kimbo freischalten scherz auf meine kd 10 12 jahre mehr und schlechter als du ich gehe da auch ein bisschen auf drauf bisschen auf ein bisschen auf der Typ lebt doch noch hier drin kommt doch gleich wieder der kämpft dahinter der hat endlich mal gemessen der Mitte kommt wieder ab 12 weißt was fick dich ins Knie stört hinter dir links alter verreckt doch da ist noch einer alter wie scheiße bist du denn schau mal den kill an schau mal den kill von mir an ich bin jetzt von rechts beschossen ich sehe da was an mir vorbeifliegen pjuu ah hi ich hab das gedacht das ist ein freund der auf mich schaut ja das war mein nächstes Opfer gewesen ja das war mein nächstes Opfer gewesen mit meinem geilen Ping ne oh Chelios musst du extra die A12 auspacken um auf 2016 zu kommen ja ich hab neues Emblem okay Märtyrer sieht richtig niedlich aus erst mal reinhauen warte warte ich hab jetzt noch mein kleines pünne drin mein kleines pünne hab ich drin äh hier Märtyrer hm 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 so ein kleiner Teufel da links und so ein Auge und so Fledermäuse da muss ich aber ein anderes Emblem rein irgendwas durchlassen das hier stopp stopp äh ja können wir machen okay wir bedanken uns fürs zuschauen und hoffen dass ihr auch beim nächsten mal einschaltet wenns wieder heißt let's play sagst du ich bin zu müde mb2 nein das ist doch Battlefield siehst du das denn nicht diese 1a Grafik und man kann Fahrzeuge fahren stimm mal ab hier am besten was wie abstimmen willst du die Map nicht spielen? nö hat man ja schon achso ja bis morgen tschau servus